Wir haben den Fingerabdruck, wir haben irgendwie ein Gesicht genau in diesem Format und zum Schluss müssen wir uns auch noch nackig fotografieren lassen, damit man noch erkennt, aha, ich seh's doch an der Dulle, das ist nicht Frau Schöneberger. Was ist eine Dulle? Was ist eine Dulle? Eine Dulle? Zeig mal, zeig mal. Das ist ja nicht vom Doppelkopf, das ist die Kreuzdamm. Barbara Schöneberger aus Hamburg möchte wissen, was ist eine Dulle? Sie weiß es ja. Sie weiß es ja. Was ist denn eine Dulle? Was ist denn die Dulle? Was ist denn die Dulle? Was ist denn die Dulle? Was, was nach innen geht. Was? Das geht nach innen. Inni. Es gibt Inni und Aussies, meinst du das? Bei Dulln? Nein, bei Dulln waren sie nicht. Seid ihr völlig bekloppt? Was sind denn Innis und Aussies? Ich hab keine Ahnung. Nein, ich hab zum Beispiel einen Inni. Hier. Das wollte ich nicht sehen. Ich bin für euch kein Aussies. Na ehrlich.